hallo und herzlich willkommen heute in meinem bierkeller ich habe eine ganze reihe von handschmeichlern hergelegt mit dem bier aufmachen kann wenn man es mit dem zollstock oder mit dem normalen hammer nicht schafft und zwar habt ihr vielleicht schon gesehen hammer mäßig ein bisschen eingestaubt ja aber auch ganz tolles werkzeug hier ganz toller hammer immer bier öffnen kann und dann die gewöhnlichen verdächtigen die hanschmeichler ein leuchtender von bp swiss tools so viel zu swiss tools spezial und zu vera spezial habt ihr die schon gesehen dann gibt es einen ergonomischen handgriff ein von bier hersteller mit dem holz handgriff das sind ganz tolle ist auch ein bisschen nostalgischer mit dem kann man die bier deckel dann wieder drauf machen verschließen einer der ist einfach aus dem blech gläsert ein hier von der spn wo ich bekommen habe ein so ein designer stück mit flügelmutter den habe ich irgendwo mal auf einer messe abgestaubt und hier der liftboy mit dem habt ihr auch schon kennengelernt kann man hier die weinflaschen ganz toll öffnen ja das hier ist einer den drücken nach unten erst abgefahren und jetzt würde ich sagen machen wir mal unser bier auf die haben gast hier sucht ein aus und probier mal wie es geht schön hier probieren wir mal ob das funktioniert und frei schon ist offen dann mache ich meine sauna auf und so wohl